So das sind wir wieder. Und hier bortet sich idealerweise so ein Cut-Field her. Wir machen weiter mit den Achievements. Und zwar Relayed not Delayed, Craft Laser Relay. Das müsste dann eigentlich das hier sein. Vor allem ich brauche 1, warum kriege ich da gleich 4 raus? Aber gut, wenn es das Richtige ist. Dann 1, 2 zum Schluss. Item Laser Advanced. Okay. Item Laser und Advanced. Und ich muss 2 Item Laser herstellen. So. 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 Hä? Entschuldigung für den kurzen Cut. Meine Tochter kam gerade hier rein. Äh, ja. Gut. Der macht doch hier aber gar nichts. Hä? Ich brauche den blauen. Na ja. Geht das so? Ne. Äh. 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 Da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen überfragt. Warum geht das nicht? ja, also leider sind wir noch nie mit dreisalteren ab? Also wie geht das, sonst liegt die ganzeart? Alles klar? Okay. Ich muss es festlegen. Äh. Habe ich jetzt eigentlich das Achievement gekriegt? Ich glaube nicht. Ach, ich muss grün und rot herstellen. Wartet mal, Itemlaser? Nee. Der Advanced wird so gemacht. Dann brauche ich den grünen. Das heißt, die blauen müssen nochmal zu mir. So, dann gehen wir hier nochmal runter. Dann brauche ich halt nochmal einen Block. Nehmen wir halt einfach mal jetzt das hier. So. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. So wird der jetzt. Ach, jetzt ist er grün. Ah. Sag mir das doch einer. Ja. Ja. Äh, ich habe doch jetzt den Advanced gemacht. Was war da jetzt so falsch dran. Den Hammer. Advanced Laser Lay. Was? Ach hier. Äh. Ach. Ne. Zwei. Zwei. Zwei davon. Ich habe davon auch nicht mal mehr im Block. läuft. Ähm. Zwei Knöpfe. Zwei Kabel. Zwei Kabel. Zwei. 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 Die. und dieser da. Und jetzt muss ich diese Kiste hier craften. Und die haben auch. Oh wir haben die Achievements alle. Ne doch nicht, eins fehlt noch. Das kriegt man ja nicht hin, weil hier keine Dungeons sind. Extrem Laser Elay. Ja das war klar, dass das hier wieder fehlt. Ach, das war das mit Klee. Klee? Wo bist du? Das ist Silikon. Boah, er leckt mich am Hinterteil. Eins, zwei, drei, vier. Und was braucht man noch dazu? Diese komischen Diamanten. Die haben wir da. So. So. Ja. Ich frage mich, ob heute noch jemand dazu gestößt oder nicht. Und da haben wir das Achievement, da sind wir damit fertig. Hier müsste man vielleicht auch mal weiter machen, aber hier kommen wir ja sowieso nicht weiter. Das Eye of N habe ich doch schon hergestellt. Aber okay, wenn die das wollen, dann machen wir das. Ich habe vor allem 64 Stück. okay. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja. Achievements. Extra Utility. Das wird... Was ist jetzt los? Ja, keine Ahnung woran das lag, aber mein Spiel ist gecrashed, nachdem ich mir die Achievements angeguckt hatte, was ein bisschen scheiße ist. Also, werden wir jetzt die restlichen paar Minuten eventuell noch ein paar Loot Packs öffnen oder den Melvin trollen, aber wie trollen wir ihn am besten, das ist eine gute Frage. Hm, na komm, lade, immer noch alleine auf dem Server, und was war das da, oh, hallo? Ist hier schon wieder ein Mob drin? Ey, das kotzt mich so an, dass man hier drinnen einfach mal nicht ausleuchten kann. So, ja, dann lassen wir das mit den Achievements erstmal sein, wir trollen den Melvin, aber wie? Wie können wir ihn am besten trollen? Wir gucken erstmal, was wir an Loot Packs hier haben. Ja, ne, das lohnt sich definitiv nicht. Ähm. Wie können wir den Melvin am besten trollen? Das ist eine besonders gute Frage. Ähm. Das, 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 was ist das? Wo hat da ist, das ist einfach mal unsichtbar. Das ist auch nicht schön. Da ist noch ein Player Head. Ähm. Ist da überall, ja, überall Head hinten dran. Achso, äh. Hehehe. Cobblestone, Cobblestone. Du 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 du. Äh. So, 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 so. Danke für die Scheiße, Alter, ernsthaft. Ey Melvin, räumen unbedingt bei dir auf. Hehehe. Und da. Und da. Und da. Und drei Köpfe haben wir noch. Und achten der Tyrox da. Ach, der ist da oben angekettet. Na sowas. Kopf ist drauf. So. Und so. Ja. Reicht. Mehr trollen muss man ihm nicht. Und da ich jetzt nicht weiß, wie. lang die ganzen anderen Folgen sind. Werden wir jetzt. Just for fun. Wir nehmen was zu essen mit. Wir haben die Mana Rüstung, die muss ausreichen. Gehen wir nochmal in den Nether und farmen ein paar Blaze Rods. Ja. Ja. Das ist immer noch mein Todespunkt. Du Scheiße. In die Richtung sind wir schon mal geflogen. Deswegen fliegen wir jetzt in diese Richtung. Mal schauen, ob wir ne Netherfestung finden. Ich hätte vielleicht noch ein paar Blöcke mitnehmen sollen. Egal. Wir schlagen uns so durch. Wir brauchen nämlich Blaze Rods. Einmal durch die Wolke durch. Oh. Hier haben wir doch schon eine. Läuft. Äh. Ehh. 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 Was ist das jetzt für ne Festung? Ne große oder ne kleine? Da geht's rein. Und hier geht's runter. Vielleicht findet man ja ein paar Loot Chests. Diese Goggles. Die sind ja von Botania. Die will ich mir unbedingt nochmal herstellen. Die fetzen irgendwie. So. Hier geht's wieder raus. Das wollen wir nicht. Ähh. Da geht's auch raus. Das wollen wir auch nicht. Dann gehen wir ja hier oben lang. So. Ein Shit. Jo. Und das sind wir wieder raus. Ähm. Ich glaub das hier ist nicht so eine große Festung wie ich denke. Oder vielleicht doch? Ne. Hier nicht. Ne. Von da sind wir gekommen. Ne. Die ist wirklich nicht so groß. Aber lol haben wir ein Glück. Hier ist ja gleich die nächste. Das nenne ich doch mal Glück gehabt. Ja. Okay. Da hinten gibt's noch was. Oh ja meine Kiste. Huiiii. Das ist gut. Keine Ahnung für was das ist. Den Rest lassen wir drinnen. Batsch. Äh. Hier ging's runter. Da ging's hoch. Gibt's hier noch eine Kiste? Ja. Ach sogar zwei. Oh das ist gut. Ja. Okay. Ja. Das ist nicht so. Die Folge wird jetzt wohl anständlich ein bisschen länger als gedacht. Ähm. Hier geht's runter. Auch die nächste Kiste. Oh was ist das denn das? Oh was ist das denn das? Display want. Das ist die Wolke. hier. Und hier ist offen. Ja. Hier geht's runter. Und da ist die nächste Kiste. Hier nehme ich dankend alles an. So. Das war's aber. Das war's mit der Festung. Da in die Richtung muss ich. Wir fladern jetzt noch ganz schnell zurück. Äh. Ja. Mit einem halben Herz. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Scheiße. Hier kann man keine Torten drauf platzieren. Das wär lustig gewesen. Ja. Ich könnte ja auch die Map benutzen. Das kann ich halt als ähm. Admin. OP berechtigter. Möchte ich aber nicht. Wir fliegen die paar Meter jetzt noch. Habe ich hier vielleicht was zu essen drinnen? Nee. Guck mal das Ding gleich weghauen. Ich hoffe der Gast ist weg. Ich hoffe er ist weg. Ich hoffe ja. Sehr schön. Komm mach hin. Komm. Und da sind wir wieder zurück. Und schnell erstmal was snacken hier. Das können wir erstmal alles hier reinhauen wieder. Und die werden wir in der nächsten Folge testen was die machen. Ähm. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschü tschü. Tschü tschü